Das ist Yari ohne Helm. Und das ist der 9-Jährige in Action. Der Junge liebt seinen Sport und sein Team. Weil die viel zusammenhalten und nicht so viel Ärger gibt wie bei uns zu Hause. Und das, obwohl Papa Kjell mit am Platz ist. Denn der 39-Jährige ist nicht einfach nur der stolze Vater, sondern auch der Headcoach der schiefbaren Riders. Bei anderen ist er eher soft und bei mir eher hart. Und damit die Football-Familie auch komplett ist, hier sieht man Mama Sarah. Sie trainiert die Cheerleader und macht sich schon so ihre Sorgen um die Leidenschaft ihres Sohnes. Wenn das nur Mamas Nase ging, würde sie das eigentlich gar nicht machen. Also so, dass ich das spielen würde. Aber der kleine Superstar findet... Nee, ich glaube, die übertreibt erst. Denn das hier... Das wäre ja alles ganz ungefährlich. Sagt zumindest Papa. Es geht auch zur Sache. Aber das bewegt sich alles in einem Rahmen, wo ich sagen muss, das ist nicht gefährlicher, als wenn man Fußball spielt oder BMX-Rad fährt oder so. Umgeknickt, Hand verstaucht, sowas kann mal passieren. Aber ja, nichts Wildes. Papa ist also Fan und der 9-jährige Yari sowieso. Seit vier Jahren spielt er Football, ist bereits der Spielmacher vom Team, der Quarterback und hat natürlich auch große Träume. Dass ich sehr, sehr gerne, wenn ich in Amerika wohne und auch ich schon eingezogen bin, dass ich in die NFL komme. Bis zur Profiliga dauert's noch. Aber Amerika wird jetzt schon Wirklichkeit. Von Willig bei Düsseldorf nach Dallas, USA. Denn diese Videos zeigen Minister Yari auf Instagram und YouTube. So etwas finden die Amis wohl cool und haben ihn gleich mal zum Super-Summer-Camp in die Staaten eingeladen. Über Instagram wurde er angeschrieben tatsächlich mit der Einladung und der Frage, ob er zum Camp kommt. Und da haben wir erstmal gefragt, Nanu, also ist euch klar, dass er neun Jahre ist und aus Deutschland ist? Also natürlich auch irgendwo eine Sprachbarriere da eventuell da noch im Weg stehen könnte. Aber das war dann überraschenderweise alles klar. Und ja, so haben wir dann gesagt, mein Gott, dann machen wir das. Und deswegen geht's jetzt in den Sommerferien für drei Tage in das Super-Camp, um gemeinsam mit den besten Nachwuchsspielern der USA zu trainieren. Und das alles, obwohl Papa so über seinen eigenen Schützling denkt. Er ist für sein Alter bestimmt nicht schlecht. Als Vater sieht man, auch als Coach sieht man natürlich das vielleicht noch ein bisschen kritischer. Aber die Resonanzen, die wir so kriegen, auch von anderen Coaches, wenn er mal auf irgendwelchen Camps war, die sind immer schon ganz gut. Trotzdem waren wir natürlich überrascht, dass dann natürlich jetzt aus den USA schon so eine Einladung kam. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Väterliche Bescheidenheit vom Headcoach. Große Unterstützung von den Teamkollegen. Ich finde, dass er auch als Mitspieler gut ist, weil er, auch wenn man was gut gemacht hat, dass er einen auch lobt oder wenn man was schlecht gemacht hat, dass er dann trotzdem sagt, alles okay, du schaffst das gleich. Und dass er auch als Mitspieler so mitfühlend ist und so. Das zeichnet Jari auch als guten Spieler aus. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch für ihn, daher, dass er schon auch 100% bei jedem Training gibt. Er gibt halt immer alles. Und auch die Amis haben das Talent des Neunjährigen klar erkannt. Hoffentlich behalten sie recht und Jari ist vielleicht der neue deutsche NFL-Superstar.